Hallo meine Freunde auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute von der Sonne angestrahlt sitze ich hier in meinem Sessel und möchte wieder meinen Beitrag dazu leisten zu der What to Smoke Challenge. Heute geht es um Aromaten. Ich habe mich eigentlich gar nicht schwergetan mit der Ausmahl, denn ich rauche doch sehr gerne Aromaten. Das ist sehr phasenweise bei mir. Es gibt Phasen, da rauche ich eher die naturnahen und dann gibt es wieder Phasen, da rauche ich Aromaten, Hocharomaten. Das wechselt bei mir doch immer mal wieder, auch über die Jahreszeit hinweg. Meine drei Tabake sind wieder ohne Wertung in der Reihenfolge zu sehen und beginnen möchte ich mit einem Tabak von Faun aus der Auenland Serie, der Morning Mixture. Ist ein Tabak mit Black Cavendish, Virginia und Burleigh und aromatisiert ist der ganze mit Cappuccino, Mirabelle und Vanille. Ein absoluter Hocharomat, richtig lecker, richtig leicht, süßlich, dieser Cappuccino-Geschmack. Die Mirabelle, ob man die jetzt so direkt raus schmeckt, weiß ich nicht. Die Vanille ist auf jeden Fall da. Ich würde es als Frucht bezeichnen, jetzt nicht direkt als Vanille. Herrlich zum Rauchen, gerade morgens, Morning Mixture, wer hätte es gedacht, zu einer Tasse Tee, zum Kaffee, zum Cappuccino. Ich rauche all meine Tabake, gerade die Aromaten, eher in großen Pfeifen, weil da einfach, finde ich, das Aroma besser durchkommt, weil man so ein bisschen kühler rauchen kann. Und auch dieser Morning Mixture gehört da dazu. Und es ist einfach, ja, richtig herrlicher, leckerer, süßer Aromaten-Tabak. Richtig lecker. Allgemein die ganze Auenland-Serie rauche ich gern. Ich muss mich jetzt persönlich für einen entscheiden. Deswegen der Morning Mixture. Aber absolut zu empfehlen, die Serie. Der zweite Tabak ist aus dem Hause Falkum. Das ist der Free Mines Nummer 3. Wie man sieht, das Glas ist auch schon wieder nicht voll. Das ist ein Tabak aus Black Cavendish und Virginia. Aromatisiert mit Aprikosen, Vanille und Zimt. Ich finde, den Zimt riecht man jetzt nicht so stark raus. Eher die, tatsächlich die Aprikose und die Vanille. In der Pfeife allerdings bekommt das Ganze einen sehr weihnachtlichen Touch, würde ich sagen. Von daher kann man auch gut als Weihnacht, könnte man ihn auch gut als Weihnachtstabak verkaufen. Und auch den rauche ich sehr gerne, gerade weil er auch durch die, eben dieses weihnachtliche, gerade jetzt wieder die, die Herbstzeit, wenn es dann wieder losgeht, findet der immer wieder mehr häufiger Platz in der Pfeife. Auch ein ganz toller Tabak. Gefällt mir auch sehr gut. Und wie gesagt, das Glas ist auch nie voll, nie lange voll. Genau. Mein dritter und letzter Tabak bei den Aromaten ist wieder einer aus dem Hause DTM. Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Und zwar geht es da um den Jirsa Magister Kellys Mixture von Jirsa oder von DTM. Der ist ein reiner Virginia und ist aromatisiert mit Bergamotte und Vanille. Deswegen auch entweder man hasst ihn oder man liebt ihn. Die Geschmäcker oder die Geister scheiden sich an diesem Tabak. Ich habe ihn kennengelernt durch ein liebes Formsmitglied, der mir eine Probe davon mitgegeben hat. Und mich hat der Duft einfach schon so... Ja, der war eben so interessant durch dieses Bergamotte. Und da habe ich gesagt, der riecht ganz toll, den muss ich mal probieren. Und habe mir dann im Anschluss auch direkt eine Dose gekauft, weil der richtig lecker ist. Findet nicht so häufig Platz in der Pfeife. Ja, weil es doch etwas Besonderes ist für mich, finde ich. Man muss darauf dann auch Lust haben, eben diese Bergamotte-Vanillemischung. Aber wenn, dann bin ich auch noch so und tue diesen Tabak nur in meinen Jirsa-Pfeifen rauchen. Das ist irgendwie so die Kombination Jirsa-Pfeife und Jirsa-Tabak. Das passt gut zusammen. Absolut leckeres, leckerer Tabak. Alle drei leckere Tabake. Genau, das soll es gewesen sein, meine drei Tabake zum Thema Aromaten. Heute etwas kürzer. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.